Ebain, voll Verlangen, den Extrazug mitzubenutzen, wollte nach dem Bahnhof, aber ihr schwächer Zustand war doch so groß, daß sowohl Holk wie die beiden jungen Adjutanten in sie drangen, davon Abstand zu nehmen. Sie willigte denn auch ein und ließ sich nach dem vom Feuer verschont gebliebenen linken Flügel des Schlosses hinüberführen. In diesen befand sich die vorläufig als Unterkunftsstätte dienende Schlosskirche, deren Altarlichter brannten, während um den Altar selbst herum die Frauen und Kinder der Beamten und Schlossdienerschaften saßen oder lagerten, die Kinder mit allerlei Gewändern zugedeckt, darunter auch Messgewänder, noch aus der katholischen Zeit her, die man aus der Sakristei herbeigeholt hatte. Für Ebba war nichts mehr da, nur ein paar Kissen fanden sich, um sie wenigstens gegen die bittere Kälte des Fußbodens zu schützen. Aber es war zu wenig, und als Holk in dem kleinen, angrenzenden Kastellanshause vergeblich nach etwas Besserem gesucht hatte, schlug er der immer heftiger fröstelnden Ebba vor den Weg nach dem Bahnhofe hin, von dem man vorher ihrer Erschöpfung halber Abstand genommen hatte, doch lieber wagen zu wollen. Ein alter Schlossdiener war auch bereit, den nächsten Weg zu zeigen, und so brach man den auf und hörte die Bahnhofsuhr eben sechs schlagen, als man ankam. Die Prinzessin war schon seit länger als einer Stunde fort, und der nächste von Helsingöher her erwartete Zug kam erst in 30 Minuten. Auf dem Bahnhofe selbst lief alles durcheinander, und das kleine Wartezimmer bot keinen Platz mehr, war vielmehr überfüllt von Hillerödern, Alten und Jungen, die sämtlich nach Kopenhagen hinein wollten, um über alle vorgekommenen Schrecknisse, deren sensationellste glücklicherweise meist erfunden waren, so schnell wie möglich berichten zu können. In dem einen Turme, so hieß es mit aller Bestimmtheit, seien alle verbrannt. Drei Personen vom Hofstaat und außerdem ein Gärtner. Ebba, die sich nur mühsam aufrecht hielt, hörte das alles, und ihre Lage wäre kaum besser gewesen als vorher in der kalten Kirche, wenn nicht einer der Stationsbeamten ein Einsehen gehabt und das für den königlichen Hof bestimmte Separatzimmer für Holk und Ebba geöffnet hätte. Hier war es nicht bloß warm und geräumig, hier fand man auch Pence und Erichsen, die zurückgeblieben waren, um über die Schicksale der verloren Geglaubten an die Prinzessin berichten zu können. So war es von dieser ganz zuletzt noch angeordnet worden, als sie mit der Schimmelmann schon das Coupé bestiegen hatte. Die Begrüßung Holks und Ebbas von Seiten der beiden Kammerherren war, da man nicht ohne Sorge gewesen, aufrichtig herzlich. Aber diese Herzlichkeit wurde doch sehr übertroffen, als gleich danach Karin hereinstürzte, die bis dahin zusammengekauert in einer Ecke des daneben befindlichen Wartezimmers gesessen hatte. »Lass doch, Kind!« versuchte Ebba zu scherzen. »Was war es denn groß? Erst etwas zu heiß und dann etwas zu kalt!« Aber Karin, so gerne sie sonst lachte, wollte diesmal von einem Eingehen auf Ebbas scherzhaften Ton nichts wissen und hörte nicht auf, unter Schluchzen und Weinen ihrer Herren die Hände zu küssen. Von Pents Seite, wie sich denken lässt, wurden allerlei Fragen gestellt, aber ehe Holk, an den sie sich vorzugsweise richteten, darauf antworten konnte, hörte man aus der Ferne schon den Pfiff der Lokomotive, ein Zeichen, dass der erwartete Helsingöhrer Zug herankäme. Noch eine Minute, so hielt er, und trotzdem Wagenmangel war, gelang es doch für Ebba ein besonderes Coupé zu finden, worin sie gebettet und mit Pläts und Mänteln zugedeckt wurde. Karin setzte sich zu ihr, während die drei Herren in ein Nachbarcoupé stiegen. Um acht hielt man auf dem Kopenhagener Bahnhofe, Wagen wurden heranbeordert, und als diese da waren, fuhr Pents mit Ebba und Karin ins Palais der Prinzessin, während sich Erichsen und Holk in ihre Privatwohnungen begaben. Holk klopfte, die schöne Frau Brigitte stand vor ihm und sagte, »Gott sei Dank, Herr Graf, dass Sie wieder da sind.« Aber etwas von Enttäuschung mischte sich doch sichtlich mit ein, was auch kaum anders sein konnte, denn gerüchtweise war gleich nach Eintreffen des Extrazuges von dem schrecklichen Ende des Grafen Holk und des Fräulein von Rosenberg gesprochen worden. Eine Sensationsgeschichte, wie sie sich Mutter und Tochter nicht schöner wünschen konnten. Und nun war der Graf doch am Leben, und das Fräulein vielleicht auch, und wohl eigentlich ganz gewiß, es war doch auf nichts Verlass mehr, und gerade immer das Interessanteste versagte. Brigitte bezwang sich aber und wiederholte, »Gott sei Dank, Herr Graf, wie wir in Angst um sie gewesen sind, und um das schöne schwedische Fräulein.« Und bei diesen Worten ließ sie kein Auge von Holk, denn ihr nach einer bestimmten Seite hin geradezu phänomenal ausgebildetes Ahnungsvermögen ließ sie das gesamte Geschehenes, besonders aber das Intime darin, mit einer Deutlichkeit erkennen, als ob sie dabei gewesen wäre. »Ja, meine schöne Frau Brigitte«, sagte Holk, »der entweder wirklich nur heraushörte, was wie Teilnahme klang, oder es heraushören wollte. Ja, meine schöne Frau Hansen, das waren böse Stunden, wie man sie seinem Todfeinde nicht gönnen mag, am wenigsten aber sich selber und einer so schönen Dame. Na ja, wenn Sie wollen, das Fräulein ist aber gar nicht so schön, wie Sie immer annehmen, und jedenfalls lange nicht so schön, wie andere, die ich nicht nennen will. Aber davon sprechen wir ein andermal und entscheiden dann die Frage, jetzt bin ich todmüde, liebe Frau Hansen, und will den Schlaf nachholen, den ich versäumt habe. »Bitte weisen Sie jeden ab, auch Baron Penz, wenn er nachfragt, aber um zwölf bitte ich zu klopfen, und dann bald das Frühstück.« Er schlief fest, und erst als er das Klopfen hörte, stand er auf, um in aller Eile seine Morgentoilette zu machen. Er war noch wie unter einem Druck, so dass alles Geschehene halb schemenhaft an ihm vorüberzog, und erst als er an das Fenster trat und auf die Straße hinunterblickte, kam ihm das Zurückliegende wieder zu klarem Bewusstsein. Und jetzt erschien auch Brigitte mit dem Frühstück und wartete, daß Holk ein Gespräch beginnen solle, zu welchem Zwecke sie das Teegeschirr nicht nur sehr langsam aufbaute, sondern sich, was sie sonst nicht leicht tat, sogar zu direkten Fragen bequemte. Holk aber blieb diesmal unzugänglich, antwortete nur ganz kurz und gab überhaupt durch seine ganze Haltung zu verstehen, daß er es vorziehen würde, allein zu sein. Was alles die schöne Frau Hansen nicht nur aufs Äußerste verwunderte, sondern ihre Gefühle für das schwedische Fräulein, das natürlich daran schuld sein mußte, noch tiefer herabstimmte. Nichts davon entging Holk. Weil er aber schon aus Klugheit die schöne Brigitte nicht in schlechte Laune bringen mochte, so bat er sie, seine Zerstreutheit entschuldigen zu wollen und zu bedenken, daß er noch ganz unter dem Eindruck all des Schrecklichen sei, was er erlebt habe. Ja, sagte die Hansen, schrecklich. Es muß wirklich schrecklich gewesen sein. Und dazu die Verantwortung. Und helfen sollen und nicht können. Und so vor aller Augen. Und vielleicht in einem ganz leichten Kleide. Wenn es ein Kleid war. Sie sagte das alles mit dem ernstesten Gesichtsausdruck und in einem so glücklichen Rührtone, daß Holk, als sie das Zimmer verließ, doch wieder in Zweifel war, ob er es durchaus für Bußheit und perfide Komödie halten müsse. Vielleicht mischte sich doch auch was von wirklicher Teilnahme mit ein. Es heißt ja, Personen derart seien immer gutmütig. Gleich viel indes. Er war nicht in der Lage, dem nachzuhängen. Und kaum, daß er wieder allein war, so war er auch schon wieder unter dem Ansturm all der Bilder und Vorstellungen, die das Erscheinen Brigittens nur unterbrochen hatte. Noch war kein voller Tag um, daß man die Partie nach dem kleinen Gasthaus am Arresee hin unternommen. Und was war seitdem alles geschehen? Erst die Schlittschuhfahrt mit Ebba ganz dicht an dem abgebröckelten und durchlöcherten Eise hin und danach die Heimfahrt und die kleinen Neckereien und dann Eppas Übermut bei Tisch und dann wie Karin kam und die Flammen aus Wand und Diele schlugen und wie sie zuletzt hinaustraten auf das Schloßdach, unter sich tot und verderben und wie dieses Hinaustreten ihnen doch die Rettung bedeutet hatte. Ja, die Rettung, sprach er vor sich hin, alles hängt an einem Haar. So war es diesmal und so ist es immer. Was hat uns gerettet, daß wir gleich am ersten Tage an den Teichen und Pavillons vorüber einen Spaziergang bis an die Parkfähre machten und daß an demselben Tage die Sonne schien und daß mein Blick auf das hell erleuchtete Schloss fiel und daß ich, weil alles so hell und klar da lag, in aller Deutlichkeit sehen konnte, wie das Fußende des Turmdaches mit dem Fußende des Schlossdaches zusammenlief. Ja, das hat uns gerettet, ein Zufall, wenn es einen Zufall gibt, aber es gibt keinen Zufall. Es hat so sein sollen, eine höhere Hand hat es so gefügt und daran muß ich mich aufrichten und daran habe ich auch eine Anlehne für das, was ich noch vorhabe. Wenn wir in Not und Zweifel gestellt werden, da warten wir auf ein Zeichen, um ihm zu entnehmen, was das Rechte sei und solch Zeichen habe ich nun darin, daß eine höhere Hand uns aus der Gefahr hinausführte. Wäre der Weg, den mein Herz all diese Zeit ging, ein falscher gewesen, so hätte mich die Strafe getroffen, mich und Epper und wir wären ohnmächtig zusammengesunken und erstickt und hätten uns nicht in die Luft und Freiheit hinausgerettet. Und Christine selbst, wenn ich ihre letzten Zeilen richtig verstanden habe, Christine selbst hat ein Gefühl davon, daß es so das Beste sei. Die guten Tage sollen nicht vergessen sein, nein, nein, und eine dankbare Erinnerung soll der Trennung alles Bittere nehmen, aber die Trennung selbst ist nötig und ich darf wohl hinzusetzen, ist Pflicht, weil wir uns innerlich fremd geworden sind. Ach, all diese Herbheiten, ich sehne mich nach einem anderen Leben, nach Tagen, die nicht mit Traktätchen anfangen und ebenso aufhören. Ich will kein Harmonium im Hause, sondern Harmonie, heitere Übereinstimmung der Seelen, Luft, Licht, Freiheit, das alles will ich und hab es gewollt vom ersten Tage an, daß ich hier bin. Und ich habe nun ein Zeichen, daß ich es darf. Er brach ab, aber nur auf Augenblicke, dann war er wieder am alten Fleck. In einem Kreise drehten sich all seine Vorstellungen und das Ziel blieb dasselbe, Beschwichtigung einer inneren Stimme, die nicht schweigen wollte. Denn während er sich alles bewiesen zu haben glaubte, war er doch im letzten Winkel seines Herzens von der Nichtstichhaltigkeit seiner Beweise durchdrungen. Und wenn er sich auch außerhalb seiner selbst hätte stellen und seinem eigenen Gespräch zuhören können, so würde er bemerkt haben, daß er in allem, was er sich vorredete, zwei Worte geflissentlich vermied. Gott und Himmel. Er rief beide nicht an, weil er unklar, aber doch ganz bestimmt herausfühlte, daß er im Dienst einer schlechten Sache focht und nicht wagen dürfe, den Namen seines Gottes mißbräuchlich ins Spiel zu ziehen. Ja, das alles würde er gesehen haben, wenn er sich wie ein Draußenstehender hätte beobachten können. Aber das war ihm nicht gegeben. Und so schwamm er denn im Strome falscher Beweisführungen dahin, träumennachhängend und sein Gewissen einlullend und schrieb sich ein gutes Zeugnis nach dem anderen. Warum auch nicht? Es ließ sich ja, daß durfte er sich sagen, so gut mit ihm leben. Man mußte es nur verstehen. Aber Christine verstand es nicht und wollte es auch nicht verstehen. Ja, er war ein Opfer ihrer christlichen Redensarten. Das stand in ihm fest. Oder sollte ihm wenigstens feststehen. Und immer mehr von dem Verlangen erfüllt, seine gute, seine gerechte Sache so rasch wie möglich zum Schluss zu bringen, verlor er zuletzt alles Urteil und jede ruhige Überlegung. Er wollte zu Ebba diese Stunde noch. Und dann wollte er mit ihr vor die Prinzessin treten und alles bekennen und erst ihre Verzeihung und dann ihre Zustimmung anrufen. Und ihr auch sagen, daß Christine selbst bereits in diesem Sinne geschrieben oder wenigstens Andeutungen gemacht habe von einem Widerstande drüben in Holkenes könne keine Rede sein. Die Trennung sei so gut wie da, nur noch eine Formalität. Und er bäte sie, den Schritt, den er vorhabe, gutheißen und sein Verhältnis zu Ebba als eine vorläufige Verlobung ansehen zu wollen. Er fühlte sich wie erleichtert, als dieser Plan in ihm feststand. Ebba sollte diese Stunde noch davon hören. Er sah kein Hindernis oder übersprang jedes in seinen Gedanken. Es schlug zwei vom Rathausturm, als er sich nach dem Palais auf den Weg machte. Zwei-, dreimal sah er sich aufgehalten, weil ihm Bekannte begegneten, die von der Gefahr, der er wie durch ein Wunder entronnen sei, gehört hatten. Holk stand ihnen auch Rede, brach aber jedes Mal rasch ab, sich mit Dienst bei der Prinzessin entschuldigend. Ebba wohnte im Palais selbst über den Zimmern der Prinzessin. Holk zog die Glocke. Niemand kam. Endlich erschien Karin, aber was sie sagte, konnte Holk in seiner gegenwärtigen Stimmung, in der alles nach raschem Abschluss drängte, wenig befriedigen. Er hörte nur, dass das Fräulein nach mehrstündigem Fieber eben eingeschlafen sei und nicht geweckt werden dürfe. So werde ich wieder anfragen. Und vergessen Sie nicht, Karin dem Fräulein zu sagen, dass ich da war und nachfragen wollte. Karin versprach alles und lächelte. Sie hatte keine Vorstellung von dem, was in Holks Seele vorging und sah nichts anderes in ihm als den stürmischen Liebhaber, der nach neuen Zärtlichkeiten dürstete. Holk stieg die Treppe langsam hinab und erst als er den langen Gang passierte, daran die Zimmer der Prinzessin gelegen waren, entsann er sich, alles, was das pflichtmäßig nächstliegende für ihn gewesen wäre, versäumt zu haben. Aber war es das nächstliegende? Für ihn gewiß nicht. Für ihn war der Gesundheitszustand der Prinzessin in seiner gegenwärtigen Stimmung so gut wie gleichgültig. Für ihn war sie nur noch dazu da, den Segen zu spenden und ihn und Ebba glücklich zu machen. Und mit einem Male, denn dass Ebba dieselben Gedanken habe, stand ihm fest, kam ihm das Verlangen, sich schon heut Gewißheit über das Jahr der Prinzessin verschaffen zu wollen. Und so trat er in eins der Vorzimmer und erfuhr hier von der diensthabenden Kammerfrau das königliche Hoheit, das Bett hüte. Neue Verstimmung! Wenn die Prinzessin das Bett hütete, so konnte von der Entscheidung, was ihm gleichbedeutend mit Gutheißung war, natürlich keine Rede sein, wie lästig. Nichts ging nach Wunsch. Penz und Erichsen waren im Nebenzimmer, aber er mochte sie nicht sehen und brach rasch auf, um erst einen Spaziergang nach der Zitadelle zu machen und schließlich eine Stunde lang in der Ostergarde zu flanieren. Um fünf war er wieder im Palais oben und fragte zum zweiten Mal nach Ebba. Der Doktor sei da gewesen, hieß es, und habe zweierlei verordnet, eine Medizin und eine Pflegerin für die Nacht, denn das Fräulein Fiebere wieder stark und sei nicht zu verwundern nach solcher Gefahr und nach allem. Die letzten Worte setzte Carrie nur halblaut und wie von ungefähr hinzu, weil sie sich nicht versagen mochte Holk ihre Gedanken erraten zu lassen. Holk sah seine Geduld auf eine harte Probe gestellt. Er hatte gehofft, in einer einzigen Stunde sein Schicksal entschieden zu sehen und nun Hindernis über Hindernis. Ebba krank, die Prinzessin krank. Ebbas war er in seinem Gemüte sicher. Ebba also, das mochte gehen, aber die Prinzessin. Er wußte nicht, wie die Stunden, Stunden, aus denen Tage werden konnten, hinzubringen sein. Und wenn er dann im Fluge durchnahm, was in dem lebenslustigen und zerstreuungsreichen Kopenhagen als Zeitvertreib zu gelten pflegte, so erschrak er, wie sehr ihm alle diese Dinge widerstanden. Alhambra und Tivoli, Harlequin und Kolumbine, Torwalzenmuseum und Klampenborg, alles, die schöne Frau Brigitte mit eingerechnet, hatte gleichmäßig seinen Reiz für ihn verloren. Und wenn er gar an Penz dachte, befiel ihn ein Grauen, das war das Letzte, was er aushalten konnte. Lieber wollte er die Nichtigkeiten errichtens und die Steifheiten der Schimmelmann ertragen, als die Penzschen Bonmousse und Wortspiele. Die Nacht verging ihm unter Kopfdruck und wenig Schlaf, woran Erkältung und Aufregung gleichen Anteil haben mochten. Und er war froh, als die Morgensonne drüben die Dächer rötete. Das Frühstück kam und die Zeitungen und mit den Zeitungen ausführliche Schilderungen über den Fredericksborger Schlossbrannt. Er las alles Erheitertes sich und vergaß beinahe, was ihn quälte, wenigstens so lange die Lektüre dauerte. Die wirklichen Hergänge waren sehr zu seinen Gunsten ausgeschmückt. Er habe sich, so hieß es, in zwei fast gleichlautenden Berichten an dem Blitzableiter herablassen wollen, um dann unten angekommen, Hilfe für das unglückliche Fräulein herbeizuschaffen. Als er aber in die Feuerregion des brennenden Türmes gekommen sei, habe sich ein weiteres hinabgleiten an der nach unten zu schon halb glühend gewordenen Eisenstange verboten, und er sei wieder mit ebenso viel Mut und Kraft wie Geschicklichkeit hinaufgeklettert. Er las dies und sagte sich, daß er nach dem allen notwendig der Held des Tages sein müsse. Der Held! Und wie wenig heldisch war ihm zumute! Er fühlte, daß seine Nerven zu versagen drohten, und daß er in Krankheit oder geistige Störung fallen würde, wenn es ihm nicht gelänge, das, was er gestern vergeblich in die rechten Wege zu leiten versucht hatte, noch heute zum Abschluss auszubringen. Daß Ebba wieder gesund sein werde, war nicht anzunehmen, aber doch die Prinzessin, was auch eigentlich wichtiger war, alles, was sie seit vorgestern durchzumachen gehabt hatte, war doch nur etwas vergleichsweise Geringes gewesen, und wenn sie wie sehr wahrscheinlich wieder außer Bett war, so mußte sie ihn hören und über ihn entscheiden, und über mich entscheiden, das heißt, mein Glück besiegeln, denn sie ist gütig und in ihren Anschauungen unbeengt. Ja, so sollte es sein, und um zehn Uhr war er auch schon wieder im Palais, wo er zu seiner unendlichen Freude vernahm, dass die Prinzessin eine leidlich gute Nacht gehabt habe. Durch eben dieselbe Kammerfrau, mit der er schon gestern gesprochen, ließ er anfragen, ob königliche Hoheit seine Gegenwart zu befehlen geruhe, und gleich danach trat er bei ihr ein, denn sie hatte ihn wissen lassen, sie wünsche dringend, ihn zu sprechen. Das Zimmer war dasselbe, darin er gleich am Tage nach seiner Ankunft seine erste Audienz bei der Prinzessin gehabt hatte. Da hing noch das große Bild König Christians des Achten und gerade gegenüber das des verstorbenen Landgrafen, der flor um den Rahmen noch grauer und verstaubter als damals. Auf dem Sofa unter dem Bilde des Königs saß die alte Dame saß die alte Dame verfallen und zusammengeduckt, von Prinzessin nicht viel und von Esprit fort keine Spur. Es war ersichtlich, dass sie, wenn auch von ihrer eigentlichen Krankheit so gut wie genesen, den Schreck und die Aufregung der letzten Fredericksborger Stunden noch keineswegs überwunden hatte. Jede Spannkraft fehlte. Das Auge war matt und müde. Das war eine schlimme Nacht, lieber Holg. Sie sehen mich noch unter der Nachwirkung von dem Allen. Und doch, was bedeutet es neben dem, was Sie durchzumachen hatten und Ebba mit Ihnen? Ein Wunder, dass Sie gerettet wurden, wie man mir übrigens erzählt hat, durch Ihre Geistesgegenwart. Ich habe Sie sehen und Ihnen bei der Gelegenheit aussprechen wollen, wie groß meine Dankbarkeit ist. Solche Dinge bleiben unvergessen und nun gar erst von Seiten Ebbas selbst. Sie kann Ihnen dies nie vergessen und wird sich ihnen dessen, bin ich sicher, durchs Leben hin verbunden fühlen. Es waren dies Worte, die nach ihrem Inhalte für Holg und alles das, was schon auf seiner Lippe zitterte, nicht glücklicher gewählt sein konnten und einen Augenblick stand er auch wirklich auf dem Punkt, an die Prinzessin heranzutreten und unter Wiederholung und Ausdeutung ihrer eigenen Worte sein Herz vor ihr auszuschütten und seine Pläne sie wissen zu lassen, aber so sehr der Inhalt der Worte dazu auffordern mochte, nicht die Haltung der Prinzessin, nicht der Tun, in dem ihre Worte gesprochen waren. Alles klang beinahe leblos und Holg so stark seine Seele nach Gewißheit und Abschluss drängte, fühlte doch deutlich, dass dies nicht der denkbar beste, sondern umgekehrt eher der denkbar schlechteste Moment für sein Geständnis sein würde. Von der freigeistigen Prinzessin, die sonst ein Herz oder doch mindestens ein Interesse für Eskabaden und Messallianzen für Ehescheidungen und Ehekämpfe hatte, war in der alten Dame, die da vollkommen greisenhaft unter dem feierlichen Königsbilde saß, auch nicht das Geringste mehr wahrzunehmen. Und was stattdessen aus ihrem eingefallenen Gesicht herauszulesen war, das predigte nur das eine, dass bei Lebenskühnheiten und Extravaganzen in der Regel nicht viel herauskomme. Und das Worthalten und Gesetz erfüllen, das Alleinempfehlenswerte, vor allem aber eine richtige Ehe, nicht eine gewaltsame, der einzig sichere Hafen sei. Holk hätte die Schrift gern anders entziffert, es war aber nicht möglich, und verbot sich in so hohem Grade, dass er, statt irgendwelche Konfessions zu machen, sich darauf beschränkte, die Prinzessin um einen mehrtägigen Urlaub anzugehen. Ein klarer Plan stand ihm dabei keineswegs vor der Seele, so wenig, dass er auf eine diesbezügliche Frage nicht Antwort gewußt hätte, die Prinzessin aber, von Anfang an nur von dem Verlangen erfüllt, sich bald möglichst wieder in ihr Kabinett zurückziehen zu können, verzichtete gern auf neugierige Fragen und gewährte huldvoll, um was sie gebeten war. Und nun noch ein gnädiges Kopfnicken und die Audienz, wenn man ihr diesen Namen geben durfte, war zu Ende. Auch das ist ein paar Erdbezügliche und die